Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. So, jetzt weiß ich, kann ich leider noch nicht bestätigen, ob das mit dem Monster Spawn jetzt geklappt hat oder nicht. Da scheint es anscheinend Schwierigkeiten zu geben. Also zumindest habe ich die Serverinstellung probiert, getestet, nachgeschaut und da war eigentlich alles okay soweit. Dann habe ich aber gelesen, dass es wohl den Fehler bekannterweise wohl geben kann. Keine Ahnung. Jetzt habe ich mal eine Variante probiert, aber es ist leider natürlich auch Tag, deswegen kann ich jetzt nicht sehen, ob es auch geklappt hat. So, was ich jetzt machen will, ist folgendes. Passt mal auf. Ich werde mich jetzt hier runterstürzen. Nee, das war eigentlich nicht der Plan. Das war nicht der Plan. Jetzt fängt es direkt an. Ich möchte hier gerne mal einen vernünftigen Aufgang oder einen Weg nach unten schaffen. Das mache ich einfach hier in die Wand rein. Hier in die Ecke. Hier in die Ecke. Da hin. Hier hin. Genau da hin. So, und jetzt. Und hier geht es jetzt runter. Soll ich wagen, einfach mal runter zu buddeln? Ich weiß gar nicht, auf welche Höhe ich runter muss, gell? Ja, ähm. Hm, da hätte ich vorher erstmal nachschauen müssen, wie tief ich da runter muss. So, ein Mistwetter jetzt hier. Das soll, das soll jemand. Hm, naja. Okay, dann machen wir erstmal einen Weg nach oben. Das könnten wir natürlich auch, könnte uns auch erstmal weiterhelfen. Sand wird hier noch weiter verarbeitet. Gut. So, jetzt baue ich mir mal. Mittlerweile habe ich hier das Inventar auf I gelegt. Da werde ich jetzt nicht mehr so häufig wild um mich rum, ähm, klicken, ohne das Inventar geöffnet zu bekommen. So, jetzt laufe ich jetzt mal hier erstmal ein paar Leitern hier. Schwung. Dann, oh. Langen wir 9 nach oben? Weiß gar nicht. Testen wir einfach mal. Da füge ich jetzt die Leiter an. Ah, ja. Jawohl. Und direkt tropft es hier runter. Ähm, was ich aber auch direkt machen will, ist... Eine Falltüre? Nee, nee. Falltüre? Eine Falltüre. Ist das eine Falltüre? Das ist eine Druckplatte. Wie geht nochmal die Falltüre? Ah, ja, ja. Ihr seht schon. Geht's nicht mehr hin. Ich hab's zu lange nicht mehr gespielt. Wie geht nochmal die Falltüre? Bestimmt anders. Bestimmt anders. Nee, warte. Können wir das erstmal so lösen. Ähm. Gehen wir erstmal so hoch. Ich erwarte jetzt, mich auf Monster zu treffen. Äh, äh, äh. Wobei, es regnet hier. Vielleicht können wir doch... Wenn ich jetzt nicht hier rauskomme. Okay. Okay, also zwischen den ganzen Bäumen... ...kommt man jetzt hier von oben nach unten rein. So, jetzt ist die Frage. Jetzt müsste ich nach unten kommen... ... und auf irgendeine bestimmte Höhe raus. Was machen wir jetzt? Das gehen wir hier grad mal runter. Wir suchen jetzt mal... ...wenn wir grad dabei sind... ... einen anderen Weg runter. ... aber ich glaub, hier sieht es schlecht aus. Guck mal. Nicht so wirklich runter. Also doch wieder hier drüben. So sind wir drüben. So kann man auch wieder da kommen. Na gut. So, während ich hier auf dem Weg nach unten bin... ... möchte ich mich mal... ... gleich mal für die... ... für die zahlreichen Kommentare... ... hier unter den ersten Videos bedanken. Hat mich ja echt... ... freudigst überrascht. Ähm. Ups. ... dass meine Videos doch ein wenig Zuspruch finden. Ähm. Ja, die Sache mit der Musik... ... werde ich mal überdenken. Ich weiß nicht, ob ich's... ... ob ich's jetzt dann wirklich machen werde. Ich dachte, da ist das Stück... ... da ist ein Gespenst, oder? Das ist ein Gespenst! Die Monster funktionieren! Aua. Auf die Nase, komm. Ich möchte einen Bogen haben. Also gut, wie wir sehen... ... funktioniert das jetzt mit den... ... Monstern hier tatsächlich. Okay. Dann muss ich gar nicht mehr den Server neu starten. Es funktioniert also prima. Also gut, ja... ... die Frage kam ja auf... ... ob ich hier nicht Musik... ... in meine Videos einbauen will. Ähm. Ich bin ja bei Musik immer... ... vorsichtig. Und ich weiß natürlich, dass wenn ich hier... ... ähm... ... lizenzfrei Musik einbaue, dass es... ... so klappen sollte. Entschuldigung, Q. Ich wollte hier nicht klopfen. Ähm. Ich werde mal schauen. Die Videos aktuell nehme ich mit Wraps auf... ... und bearbeite die auch gar nicht mehr nach. Stimmt gar nicht. Ne, ich erzähle gerade... ... natürlich bearbeite ich die schon nach. Ich füge hier noch mein... ... mein Intro mal an. Also gut, eigentlich könnte ich schon Musik reinbasteln. Ähm. Ich muss mal gucken, ob das jetzt so... ... zeitaufwandstechnisch wirklich lohnenswert ist. Ähm. Wenn der ein oder andere von euch Musik vermissen sollte... ... schreibt das bitte mal einfach in die Kommentare. Dann werde ich mal schauen... ... was ich machen kann. Okay, jetzt wollte ich ja mal schauen. Hier oben ist meine Bude. So, und hier muss er ungefähr... ... muss ich ja ungefähr rauskommen, ne? Jetzt bin ich ja auf einer Höhe von... ... äh... ... 72. Okay. Eine Höhe von 72. Ist doch so, ne? Jetzt bin ich auf 76, ja. Okay, muss ich also... Oh. Wo ist das ungefähr? Müsste ungefähr hier sein, ne? Lass ich dich sehen. Oh. Ach, kommt ihr ums Eck rum. Kommt ihr ums Eck rum. Kommt ihr ums Eck rum. Das Skelett. Das Skelett. Cool. Ich würde ja fast mal behaupten, das eignet sich hier... ... hervorragend als... ... als... ... als Ort für die Kühe oder so. Das finde ich ja extrem stylisch. Also aus diesem Dings werde ich auf jeden Fall was machen. Und ich glaube auch, ich werde hier hinten den Ausgang machen. Ich werde hier hinten den Ausgang machen. Kann ich nämlich einen schönen Zaun außen rum ziehen. Ja, 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 ja. Das war jetzt so nicht geplant. Aber... ... finde ich, glaube ich, ganz gut so. Okay, jetzt können wir wieder hochgehen. Das ist auf der... ... bei der Gelegenheit... ... wenn wir mal den Weizen... ... Samen... ... reinsammeln. Okay, wenn wir... ... genug haben, dann auch mal ein Weizenfeld anlegen können. Um uns einiges Brot zu backen. So. Jetzt sind wir hierbei nach oben, Tigern. Okay, wir werden den Weg finden. Ich muss mich jetzt gleich ein bisschen mehr... ... ich verlaufe mich hier regelmäßig. Ich muss... ... ein bisschen weiter aus dem Rumlaufen. Hier... ... hier kommen nämlich die Bäume. Und da hinten sind auch schon die... ... Skelette. Ich hab's schon gesehen, den Kollegen da hinten. Aber den wollen wir uns einfach mal da stehen lassen. Uah! Okay. Hier ist anscheinend gemäßt. Komm her! Nein! Ey! Der haut mich doch wirklich fast tot, gell? Gott, Gott, Gott! Ähm... ... ich hab nur noch... ... Moment, jetzt müssen wir kurz hier ausharren. Ich hoffe, der andere hat mich schon wieder vergessen. Ich muss mir doch mal ne Rüstung bauen, so langsam. So langsam mal besichern, muss ich mir wirklich mal ne Rüstung bauen. Boah! Damit nicht jedes... ... Moment, hab ich jetzt die Schwierigkeit eigentlich auf... ... eins stehen oder auf zwei? Ich weiß es gar nicht. Oh Gott. Ich muss mich mal schnell zurück in die Bude. Mich von dem Schreck erholen. So, hab ich schon wieder Angst gesehen? Ich weiß gar nicht. So. Hier geht's jetzt doch irgendwo rein. Da oben zwischen Bäumen. Hier. So, pass auf. Jetzt muss ich aber... ... ich muss hier mal... ... bis ich hier... ... wieder die... ... ähm... ... so, zugemacht. ... bis ich die... ... die Falltüren wieder rausgefunden habe. Das muss ich jetzt direkt mal hier... ... ähm... ... nebenbei... ... äh... ... ähm... ... äh... ... äh... ... so machen. Okay. So, jetzt werde ich mich hier nach unten graben. In der Hoffnung, dass ich da nicht rausfalle. Das wäre natürlich extrem cool, wenn ich jetzt hier... ... hm... Aber ich glaube, das mache ich jetzt einfach. Ja. So, pass mal auf die Falltüre für... ... für... ... für... ... was will ich jetzt hier gefunden? Ach nein. Okay. Ups. Falsche Tasten. Die Falltüre. Die Falltüre. Die Falltüre. Die Falltüre. Die Falltüre. Ähm... Wenn wir hier schnell mal einen Blick in die Wiki werfen. Entschuldigung, dass es jetzt hier eine Sekunde dauert. Ähm... ... ähm... ... die Falltüre. Ich glaube, ich war schon nah dran. Aber... ... äh... ... äh... ... ähm... ... ähm... ... Minecraft... ... Falltüre. Oh Gott, 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 Gott. Ähm... ... naja, okay, das mache ich jetzt dann mal am nächsten Mal. Ich werde mir jetzt nochmal ein paar Leitern basteln. ... weil ich gerade hier dabei bin. Und... ... mir... ... den Weg nach unten einfach mal... ... bauen. Wie viel brauche ich denn dafür? Eine ganze Menge. Ich muss... ... auf welcher Höhe bin ich denn hier? Ich muss ja bis auf 72 runter. Und bin hier auf einer Höhe von... ... 105. Okay, also geht es doch ein ganzes Stück nach unten. ... in der Hoffnung, dass ich jetzt hier nicht gleich ablebe. Oh, je, je. Es wird auch schon ganz schön dunkel. So, machen wir mal kurz so. Gehen wir einfach mal weiter nach unten. Wir sind jetzt schon mal auf einer Höhe von... ... 90. Ach Gott. Ähm, wir müssen ja mal Licht machen. Ich kriege hier gerade Beklemmungsängste. Danke. Licht. Aber anscheinend... ... jetzt weiß ich gar nicht mehr, in welche Richtung ich hier... ... äh, nein, 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 nein. Okay, ich muss nochmal... Oh, ich bin ja an Kohle vorbei. Cool. Da kann ich jetzt natürlich keine... ... okay, hier geht die Leiter runter. Ich habe jetzt noch neun Stufen für die Leiter. Oh, oh, oh. Es geht ganz schön tief runter, hey. Auf welcher Höhe bin ich denn jetzt? ... 86. 14 brauche ich noch. Habe ich nicht mehr genug Leitern. Hm. Na gut. Schnell nochmal hochklettern. Guck mal, jetzt habe ich wieder das Regengeräusch, aber es... ... doch, es regnet noch. Es sah gerade so aus, als wenn es gar nicht mehr regnen würde. Also gut, ich brauche noch deren... ... habe ich es vergessen. Naja, ein paar Leitern brauche ich noch. Ein paar Leitern brauche ich noch. Ähm, jetzt habe ich 14 und es sind, glaube ich, genau 14, die ich noch brauche, gell? Guck mal, wenn ich unten bin, dann werde ich mir direkt nochmal... ... ein paar Leitern... ... äh, ein bisschen Holz besorgen. ... ich bräuchte auch mal, was ich noch... Ach, ich habe hier doch genug Holz. Hör mir auf, du. Wenn ich unten bin, werde ich mir mal eine Türe bauen. So, Glas ist fertig. Äh, ach so, ist voll. Gut. Okay, und dann nehmen wir jetzt den... ... äh, ja. Kann ich jetzt hier eigentlich an die... ... an die Wand eine Fackel bauen? Nee, kann ich gar nicht. Okay, hier müssen wir jetzt noch tiefer gehen. ... zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und da höre ich doch schon wieder direkt ein Skelett irgendwo. Jetzt bin ich auf einer 78, auf 72 muss ich runter. So, dann werde ich hier aber auch mal... ... direkt die Leitern dran bauen. ... und jetzt muss ich noch... ... eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs runter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Genau. So, okay. Und jetzt geht's... ... hier drüben raus. Genau, jetzt will ich hier auch mal direkt... ... eine Fackel hinbringen. Und mal schauen. Wir hören das Geschick. Ich höre es schon. Okay, pass auf, wir machen jetzt gleich den Durchbruch hier... ... in der nächsten Folge. Jetzt haben wir uns ja hier erstmal runtergebuddelt... ... und in der nächsten Folge gibt's dann den Durchbruch. Bis gleich, dann morgen, übermorgen. Bis dann. Ciao.